Willkommen zurück bei FS17. Heute zeige ich euch bei Übungen zum Thema Sprints und Agilität. Let's do it! Ein kurzer Exkurs. Bei meinem letzten YouTube-Video habe ich euch gesagt, auf was ihr achten müsst, welche Techniken anzuwenden sind, wenn wir auf Sprints gehen oder Sprints Übungen machen. Deswegen achtet immer darauf, bei den Übungen heute schön auf euer Fußball zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, vergiss nicht gefällt mir zu drücken und natürlich mich zu abonnieren, hier findet ihr noch mehr Videos von mir und schaut natürlich bei meinem Instagram Account vorbei und vergiss nicht Salat zu machen, alles gut.